Oh, es ist keine Musik mehr. Jetzt bin ich gerade wieder zurück, weil es keine Musik mehr ist. Nice, nice. So, also was habe ich noch? Ey! Fabu! Sag einmal! Nein, 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 also... Ey! Postet das Money-Emoji in den Chat. Also wirklich, ey. 25! 25! Den Moment, wenn ich bereits mit Urgamer der Top-Spender bin, aber hier Mitglied bin. Ey! Alle... Wenn da irgendetwas kommt, in den Chat postet oder so, eins in den Chat! Eins in den Chat! Eins in den Chat oder so, wenn ihr noch alle hier im Chat seid. Einfach eine Eins in den Chat. Einfach auf Kussbasis. Danke, 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 danke vielmal für 25 Franken! 25 Franken, das ist wirklich nicht selbstverständlich! Und... Ey! Unglaublich! Unglaublich, Digga! Ich habe auch in den Look, ich habe das jetzt schon mal einen Chat postet. Oh, das postet das niemand anderes in den Chat. Ich könnte ja kotzen. Ja, absolute Scheiss-Community. Ausser der Fabu! Auch später hat mir 25 Franken. Ey! Danke! Danke dir! Vielen, 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 vielen! Ey! Unglaublich, ey! Pfff! Da muss ich lassen! Minus es! Also die Leute, meiner Leute im Chat, das sind wirklich... Ich muss mich doch alle verarschen. Was kaufst du mit dem Stream Money? Ich kaufe mir zum Beispiel Wärnli, ähm... Pötiböer. Solche Zeugs kaufe ich mir zum Beispiel. Ja, genau. Ey! Ey! So. Hättet ihr dich gern? Hättet ihr dich gern? Wie findet ihr Wärnli Pötiböer? Wärnli teilt man gernli. Mhm. Mhm. Gut, aber die von den Migros sind besser, finde ich. Ah! Ja! Ich finde die, ich finde die von Wärnli besser, tatsächlich. Das ist ein paar Leute, die... Nein, nein! Wieso? Was ist da los? Jano Nieuhaus! He is out here mit den 25 Franken Doni, Digga! Ey! Ich komme... Nein, nein, nein! Leute, Leute, Leute! Es ist wirklich nicht... Es ist nicht... Es ist wirklich unglaublich! Ich... Ich verzweifle jetzt noch mit dem... Es ist wirklich unglaublich! Ich verstehe es nicht! Ach, hat's ja! Ja, Lolo, hat's ja, ja! Ey! Nochmal! Nightwar88 mit ihm, Frankischer mit dabei! Ey, danke, Bro! Nein, es gibt hoffentlich jetzt Spendenfall! In meiner Nerven kann ich das nicht... Ich kann das nicht vertragen! Ich kann das nicht vertragen! Jano Nieuhaus! Also, ey! Du spinnst! Du spinnst! Hast du irgendwie im Casino etwas gewonnen? Oder wie? Hast du in den Slots etwas gewonnen? Oder wie? Hast du... Hast du schon viele Freispiele gehabt? Oder wie ist das gewesen? Das eine oder andere Freispiele, Digga! Erstmal Freispiele, Digga! Nein, aber... Ey, danke vielmals! Ich mach ihm das Gefühl nur das, aber irgendwie... Ich kann ja nicht einfach weiter machen und sagen... Ja... Okay, machen wir weiter! Ich kann ja nicht einfach nur mehr zu sagen! Es ist... Es ist nicht... Es ist nicht zu fassen! Es ist... Es kommen noch mehr! Und zwar... Es kommt jetzt gerade auf dem Screen hoffentlich! Der Sir V-Log ist mit ihm Franken mit dabei! Ein Franken hat den Sir V-Log rausgekommen auch noch! Und der FB... Der Fabu Brand mit 2 Franken ist er am Start! Nein! Nein, hör auf! Nein, 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 nein! Nein! Hört auf! Hört jetzt auf! Das ist das Komplexe! Meine Kamera ist abgestellt! Meine Kamera ist abgestellt! Ey! No, 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 ne! Hey, hör auf! Hör auf! Hör auf! Du musst... Jetzt ist die Lohn! Die Lohn! Die Lohn! Euer Lohn! Nein, aber ich verdiene das Geld nicht... Ich verdiene das Geld ja nicht für hier im Stream zu spenden und nur für blöd zu tun, oder nein? Das Casino zahlt nicht mehr so gut, aber das merkt man nicht! Das merkt... Sir V-Log mit ihm... Und ich habe das... Und ich habe das... Nein! Bitte hör auf! Ich bin ein Mann! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin wirklich... Nein, jetzt ist es längst, es längst jetzt, die Jungs. Nein, 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 nein. Ich bin wirklich, also ich habe wirklich Mühe. Ja, der Stream ist komisch, läuft der komische Sound mit dem Ey, Mann, eben... Nein, jetzt reicht es, ich will Kinder spenden mehr, ich will Kinder spenden mehr. Danke vielmal, ich weiss auch nicht, von wo die das Geld haben, ich... Sag mal, wie ihr mir eigentlich gefickt oder was? Ey! Nein, ich tu doch das Geld, das Geld auch nicht zurückzustatten, aber so viel Money, ey, so viel Money Halt draus nicht. Ey, aber wirklich, jetzt reicht es, ich bin wirklich emotional am Ende, ich muss den Stream jetzt abbrechen, weil so viele Spender, die hier sind, merci vielmal, alle Leute, alle Leute, die gespendet haben. Grosses Dank an den FP, an den I am Adrian Lon, an den Sir V-Log David, Kuss, Kuss geht raus. Ähm, natürlich, der one and only Janinehaus mit den Slots läuft es nicht mehr so gut, aber dafür läuft es hier im Chat noch absolut gut. Danke vielmal, ich habe nochmal die Money-Dings in die Chat postet. Nein, danke, danke vielmal, es ist wirklich überhaupt nicht selbstverständlich und es ist wirklich unglaublich, dass sie das Geld hier lassen lassen lassen. Ich hätte jetzt natürlich auch in blöderen Sachen liegen lassen, aber, ja, gerade mal 70 Franken heignogen. Äh, ja. Ich wollte eigentlich, das Video mir einziehen, hier mal, Galaxy vs. Us in Switzerland, und dann ist es einfach, zwischen dem und jetzt sind die 70 Franken Spende einkommen. Ja, moin, was los? Kabul Jochen Jochen liberiert Jochen Jochen Jochen